Mein YouTube. Entschuldigung, wie ist das eigentlich seine Namen heute? Adventskalender 2022. Türchen Nummer 2. Der Luca holt's schon. Der ist wieder schneller als die Polizei erlaubt. Aber bevor wir jetzt das... Bevor wir jetzt Türchen Nummer 2 aufmachen, haben wir, da wir ja gerade aktuell auf dem Livestream auf Twitch sind, von meiner Frau die Decals bekommen, plus auch die Farbe mit Pinsel. Also wir haben alles da jetzt. Der hat's nicht in ein weiteres Tütchen gepackt. So. Aber wir müssen noch was ankleben. Genau. Ich bräuchte dich. Hammer da bitte. Dankeschön. Das geht ganz gut. So. Und ihr erinnert euch, dass wir das jetzt hier oben drauf machen müssen. Das ist sicher noch nicht. Sie. So. Aber guck mal. So. Da muss der Vorhaben nicht weiter. Nee, nein, nein. Auch muss tatsächlich nicht. Weil wenn wir den Ausstuhl drauf haben. Hammer ist fertig. Ja, ist gut. Ja, bis gut. Dann kann man helfen. Ja. Ja, wir haben es gehört. Wir machen jetzt hier einmal das fertig. Und danach geht es für den Livestream. Dann eine kurze, kurze. Dann werde ich kurz mehr was zu essen. Genehmigen. Und ich möchte ja auch nicht, dass ihr dabei zugucken müsst habt. Dann ich mir jetzt was leckeres reinziehe. Hier bin ich hier ein Heißchen, Luca. So. Hier machen wir ein Trauchchen. Genau. Wir machen jetzt hier einmal schon mal das auseinander. Wir bauen das auseinander. Und dann sind wir gleich wieder für euch da. So. Deswegen der Luca, der geht schon mal essen. Und ich komme dann jetzt gleich dazu. Oh, da hat die Frau wieder einen guten Knoten reingemacht hier. Genau. Wahnsinn. Ja. Immer dieses Knoten. Jedes Jahr der Fleche, ne? Ja. Ihr lernt es nicht, dass wir das mal einfacher haben wollen. So. Zum Beweis. Tüte Nummer zwei. Ist da. Haben wir da. So. Das legen wir mal schnell hier an die Seite. Hier haben wir jetzt tatsächlich noch einiges drin. Okay. Ähm. Wir schneiden das gleich zusammen. Ich bin gleich wieder für euch da. Moment. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020